Herzlich Willkommen, die Damen aus Meier, Frödinger und Grünke! Die Designstadt! Und... Hoch! 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 Betrifft die Nummer 8 bei Fall 08 Uhr Goalt! Sie istyllopie und Donner, ein Dankeschön an die Pfanke, an den Klaus-Lesig. Und ich darf ganz kurz hin, sich bereitzuhalten für die Siegerierung, durchgeführt von Zürich Nathiebe, Vorsitzender der GDL und vom Facharzt Wasserwald, Westenburg, ein Dankeschön. Vielen Dankeschön, dass Sie heute unsere Gäste waren. Ihnen allen einen angenehmen Heimweg und machen Sie's gut und bleiben Sie gesund. Marco, danke dir. Bis bald. Tschüss.